Hallo, hier ist wieder euer Tombi und wir spielen mal wieder ein bisschen Star Wars Battlefront 2. Diesmal sind wir hier unterwegs auf dem Waldmond Endor. Wir verteidigen als imperialer, schwerer Soldat hier die Station. Hoffen wir mal, dass das funktioniert und dass das ganz gut klappt. Wir werden mal schauen, dass wir das hinbekommen oder ob wir das hinbekommen oder wie gut wir das hinbekommen. Das wird sich alles zeigen. Wir wollen auf jeden Fall erstmal angreifen. Ich habe heute eigentlich kein wirklich großartiges Thema dabei. Wir werden einfach mal so ein bisschen drauf losspielen. Allerdings habe ich doch so eine einigermaßen interessante Frage eventuell, das man vielleicht sogar als Thema bezeichnen könnte. Ich weiß nicht. Wir werden ja sehen, wie sich das äußert hier. Wenn ich erstmal im Redefluss bin, dann ändert sich ja alles. Dann ändert sich einfach alles. Der kommt leider total blöd. Habe ich nicht gut gesetzt, die Mine. Hätte ich da vielleicht mehr machen können. Okay, und meine Frage ist so ein bisschen eher so eine Zuschauerumfrage, sagen wir mal. Sowas in der Richtung. So ein bisschen diese Begrüßung, die ich immer mache. Natürlich, wenn man so mit YouTube beginnt, und das ist bei mir jetzt mittlerweile schon zwei Jahre her, dann denkt man sich immer so, hm, ja gut, was ist denn so das Typische? Man hält sich ja immer so ein bisschen so an die, ja nicht Norm, es gibt ja nicht sowas wie eine Norm, aber man hält sich so an das, was so typisch ist, was man so kennt, ne? Und wie man das so bei anderen YouTubern, Leuten gekannt hat oder so, ist es halt so, dass die immer auch so eine Art Begrüßung haben. So einen Standardsatz, den sie immer wieder sagen, so am Anfang. Dann hat man sich gedacht, gut, machst du das auch? Willst natürlich irgendwo was Individuelles haben, das will ich immer bei mir. Wenn jemand, der versucht, möglichst wenig, oder was heißt versucht, ich gucke halt auch einfach relativ wenig YouTube, deswegen passiert das automatisch auch, der ganz wenig, ähm, äh, irgendwoher klaut oder so typische Sprüche, weil ich finde, man muss immer Individualität haben. Wenn man dann irgendwie die Großen einfach nachmacht, finde ich das irgendwie scheiße, ich weiß auch nicht. Ich finde das richtig, da macht man sich doch eher lächerlich, oder? Ich weiß ja nicht. Naja, sollen ja die Leute machen, die das so gerne machen, dann nehmen sie deren Sprüche und alles und was weiß ich. Naja, jedenfalls, ähm, was ich sagen wollte, man guckt dann sich natürlich so, ja gut, was machst du so als Spruch? Ich wollte natürlich irgendwie was Neutrales haben und nicht dieses so auf total cool getrimmte, so, ey, yo, was geht ab, Friends? Ey, hier ist wieder Zombie. Äh, keine Ahnung, sowas in der Richtung. Man kennt das ja, wie die Leute das sich da artikulieren. Babam, das hat sich, das hat gesessen, das hat gut gesessen. Den Kills haben wir schon. Krass, das geht schnell. Oh, und der laggt, der laggt. Ah, den kriegen wir. Cool, ich denke da kill. Von daher habe ich so ein relativ, ja, normales Standardding genommen, aber ich weiß jetzt gar nicht, mittlerweile... Ich würde jetzt nicht sagen, es gefällt mir nicht mehr, aber ich würde mal gerne wissen, was da eure Meinung ist. Ich habe manchmal so den Eindruck, das schreckt ein bisschen ab, dieser Anfangssatz bei mir, die ist mit diesem Hallihallo. Das ist natürlich relativ, wie gesagt, neutral gehalten, würde ich behaupten. Oh, ob das was wird? Ne, das wird nichts. Schade, da war ich zu gierig. Wir haben jetzt genug für einen Helden. Nehmen wir einen Helden. Nehmen wir die Eiden. Nehmen wir den Imperator. Komm, wir nehmen den Imperator. Den haben wir auch schon lange nicht mehr. Da wird sich immer gewünscht, dass ich den mal nehmen. Dann nehmen wir auch mal den Imperator. Und naja, das ist die Frage so ein bisschen. Ist es in Ordnung? Also, ihr steht da neutral gegenüber zu diesem Anfangssatz? Du sagst, ja, das ist in Ordnung. Ist ganz gut. Ach, mir wäre das komplett egal, ob man so einen standardisierten Anfangssatz hat. Könnte natürlich auch eine Antwort sein. Ich habe so den Eindruck, wir gewinnen das direkt. Das wäre natürlich wieder mal blöd, aber... Guten Tag, lieber Mann. Oh, der hat mich doch noch gesehen. Hat er jetzt eigentlich angenommen, der sieht mich nicht. Da ist dann noch einer. Warum rennen die denn alle durch hier? Was wollt ihr denn hier hinten? Ah, das ist doch nervig mit den Geschützen. Ja, ist ja gut. Der Kütyp ist doch schon lange tot. Den habe ich doch umgebracht. Okay, den haben wir schon besiegt hier anscheinend. Ja, den haben wir schon besiegt hier anscheinend. Naja, das ist so ein bisschen die Frage. Stört euch das? Ist euch das wichtig überhaupt mit so einem Anfangssatz? Hättet ihr gerne lieber was Cooleres? Ich finde, das ist relativ... Relativ sehr freundlich bei mir, oder? Ich weiß ja nicht. Vielleicht passt es ja auch. Vielleicht ist es ja auch... Passt es ja für euch ins Bild bei mir. Ich weiß es nicht genau. Das ist noch ein bisschen die Frage. Also, es ist gar nicht unbedingt extrem wichtig oder so. Und ich habe jetzt gar nicht unbedingt vor, das direkt zu ändern oder sowas in der Richtung. Falls jetzt das wieder Leute denken. Müsst ihr jetzt hier gar nicht Panik haben. Ich will einfach mal so ein bisschen... So ein bisschen... So ein Feedback kriegen dafür. So ein bisschen Feedback kriegen dafür. Wie das die Leute sehen. Ob die Leute das so sehen, dass das wichtig ist. Ob das nicht so wichtig ist. Ist immer so ein bisschen schwer festzustellen. Ah, das ist ein Team-Mate. So ein bisschen schwer festzustellen, wie das so die Leute sehen in dem Fall. Und daher wäre das doch ganz interessant, das mal zu hören. So, lieber Freund. Du bist hier erstmal totgeschockt. Hier war doch noch einer eben, oder? Ist er jetzt abgehauen? Naja. Wie immer eine spannende Runde mit dem Imperator. Eine ganz, ganz spannende Runde, wo die Gegner unfassbar viel machen können. Wo ich überhaupt nicht viel regeneriere wieder. Naja, großartig Probleme habe ich hier nicht. Wie gesagt, ich denke, wir gewinnen das direkt. Was natürlich ein bisschen schade ist. Und jetzt hätte man die mit dem Imperator natürlich extrem aufräumen können. So. Auch nochmal weggeschockt. Und den schocken wir auch nochmal weg. Und da ist noch einer. Oh, der hat noch eine Granate rausgepfeffert. Die tat jetzt natürlich weh. Okay, das hat sich jetzt ganz komisch angehört vom Sound bei mir. Einer lebt noch. Und da haben wir schon gewonnen. Das ging halt wieder mal schnell. 30 Kills auf die Schnelle. Das ist ja eine Sache. Fünf Minuten hat es gedauert. Naja. Bomben. Gucken wir mal, dass wir was Kleines noch dahinter schneiden. Ich, äh, naja. Was will ich, was will ich tun? Was will ich tun? Solche Runden kommen leider immer wieder zustande. Jetzt hatte ich so schön dieses Thema ein bisschen abgearbeitet, sage ich jetzt mal. Oder diese Frage sehr gut formuliert, wie ich finde. Deswegen lasse ich das jetzt mal so drinnen. Machen wir was Kleines hinten dran. Wir sehen uns also gleich wieder. Vielleicht kommt Angriff. Mal schauen. Also bis gleich. So, liebe Friends. Weiter geht's mit der nächsten Runde hier von Star Wars Battlefront 2. Wir sind diesmal hier im Angriffsmodus unterwegs. Und zwar mit dem Rodiana. Mit der DH-17. Ich glaube, die heißt hier bei den Rebellen zumindest so. Sieht auch so aus. Ja doch, das ist die DH-17. Das ist sie. Das ist sie. Die erkenne ich doch. Die gute alte DH-17. Naja. Und wir spielen ansonsten hier mit relativ interessanten Karten hier. Wir haben das verbesserte Geschütz dabei. Verbesserte Granate dabei. Mal gucken, ob das was wird. Bei Kampfkommando haben wir auch irgendeine Fähigkeit hier dabei, dass wir schneller aufladen. Also die Leute schneller ihre Fähigkeiten wieder bekommen. Und daher ganz interessante Sachen. Wer schießt denn hier schon wieder auf mich? Aus meinem Team. Wer wagt es, den Rodiana abzuschießen? So, wir setzen hier mal die Bombe dran. So, eigentlich war ich mit dem Thema eigentlich auch schon so gut wie durch, ne? Also, hatte jetzt gar nichts mehr groß. Oh nein, der ist auch da reingerollt. Das hat jetzt irgendwie nicht erwartet. Und da macht er mich weg. Das hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Er hat sich selbst getötet anscheinend. Oder wurde getötet. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall war ich mit dem Thema relativ weit durch. Wie gesagt, diese Begrüßung im Allgemeinen. Also, wie wichtig ist euch das? Ist euch das denn überhaupt so richtig? Denkt man das immer nur so? Hm. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und natürlich, in irgendeiner Form, ist die bei mir geeignet. Ist die cool? Ist wirklich, bin ich cool? Bitte liebe Leute, sagen Sie, dass ich cool bin. So ein Quatsch. Naja, auf jeden Fall. Ihr wisst Bescheid. Hinter mir ist einer. Das ist uncool. Jetzt machen wir die Granate ein. Der ist nicht da lang gelaufen. Wo ist denn der? Aha! Oh nein. Auch noch von der anderen. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Das war aber ungerecht. Eins gegen zwei und dann waren wir alle neben mir. Oh, wir sind aber trotzdem hier sehr weit vorne. Da sieht man mal wieder. Man muss da nur Objekte spielen hier und immer schön die Bombe anmachen. Wieso schockt man das denn eigentlich nicht? Wir hatten doch schon die Bombe einmal fast kaputt sogar. Ja, mein Rodiano-Friend ist auf jeden Fall auch höchst motiviert, laut seinen Sprüchen. So hört er sich an. Jetzt setzt doch mal das Geschütz da hin, Mensch. So. Okay, da draußen ist einer. Da draußen ist der Übeltäter. Werfen wir mal unsere Granate da durch und zack, kabums. Das sind einige Übeltäter. Und gleich noch einer hinterher. Zack, kabums. Da denkt sie auch so, äh, wie viele Granaten kommen denn hier noch? Mein Geschütz regelt auch ein bisschen. Zwei Kill Assists. Das ist doch auf jeden Fall gar nicht so schlecht. So, das Ding werden wir jetzt hier auf Biegen und Brechen verteidigen. Wir wollen jetzt wenigstens eins davon hochjagen. Und dich holen wir uns auch, mein Freund. So, wo sind sie denn wieder? Mein Geschütz steht noch. Das ist super. Mein Geschütz sieht auch unten ein. Der deckt die auch so ein bisschen auf für mich tatsächlich. Das ist ja auch echt gut. Da sieht man wieder den einen auf der Minimap unten. Habt ihr ihn gesehen? Habt ihr ihn gesehen? Hier ist er. Dann schnappen wir uns nochmal hier. Da war auch noch einer. Na vorwegen einer. Das sind mehrere. Kriegen wir den auch? Yes. Zwei Stück abgesahnt. So. Mein Geschütz sprengen wir mal hoch, damit wir es wieder gleich stellen können. Ist eigentlich gar nicht so schlecht so zu spielen mit diesem Abklingzeit-Ding hier. Das ist echt geil. Also wenn man da mit Teammates auch noch spielt, ne? Oh mein Gott, da kommen die Gegner. Ich dachte, da wären unsere Leute. Naja gut. Oh, der emotet erstmal. Interessant. Wir nehmen mal einen Wookiee, damit wir das Ding halten. Vielleicht schaffen wir es ja auch so direkt. Dann hätte ich gar nicht einen Wookiee nehmen müssen. Aber ist ja auch egal, ne? Mit diesem Abklingzeit-Ding, wenn man da die Leute vor einem immer wieder trifft damit. Also auch so Angriffstruppler oder so. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Oder so Wookiees hier, ne? Geht das auf Helden? Das wäre auch noch eine Sache. Kann man mit diesem... Das kann man ja mal gerne einer in die Kommentare schreiben. Kann man mit diesem Aufladungs-Ding, womit alle Leute ihre Fähigkeiten abschließen wieder. Kann man damit Helden beeinflussen? Ja, oder? Das geht, glaube ich. Dass sie dann einfach ihre Fähigkeiten schneller oder gleich sofort wieder haben. Ach komm, jetzt habe ich einen Wookiee genommen und kriege hier gar keinen einzigen Tod, weil der da sich versteckt. Ja, bumms. Ah, der hat sogar gezählt, glaube ich, ne? Ich glaube, der hat gezählt. Ja, der liegt da tot. Cool. So, Sprungstruppler nehmen wir auch mal mit. Oder? Doch, wir nehmen den Sprungstruppler. Doch, doch. Komm. Die Leute wollen immer wieder mal so ein bisschen hier Wookiee und Sprungstruppler und allgemein diese Spezialkräfte hier sehen. Deswegen hauen wir jetzt hier auch mal bei Angriff wieder mal ein bisschen hier raus. Nehmen die Leute, damit die Leute auf jeden Fall zufrieden sind. Und, wie gesagt, schreibt auch bitte gerne eure Meinung zu dem ganzen Thema so ein bisschen in die Kommentare. Heute war es relativ kurz mit dem Thema gehalten, aber so ein bisschen Gameplay geht ja auch mal nebenher. Einfach nur so ein bisschen über das Gameplay quatschen. Warum denn nicht? Da ist der Herr. Er rollt nur. Er rollt nur hin und her. Jetzt haben wir endlich getötet. Den Big John Boy. Nicht den Small John Boy, sondern den Big John Boy. Ich wollte ja gar nicht direkt rein. Aber das ist anscheinend... Anscheinend ganz gut. Wo springen wir wieder hier hoch? Ich glaube, das ist jetzt die... Jetzt mache ich hier die mieseste Taktik. Jetzt rennen die da nämlich rein und wollen das Ding ausschalten. Und dann... Dann, liebe Leute, was mache ich dann? Dann sitze ich hier oben und schieße denen einfach sowas von mies auf den Hinterkopf. Nein, komm, mach die Tür nochmal auf da. Hey. Big John Boy. Genau gesehen, dass du das warst. Ich glaube nicht, dass ich das so lange aushalte. Ich glaube, ich werde das nicht so lange aufhalten können. Mal gucken, ob ich das halte alleine. Das wäre ja interessant. Das wäre ja interessant, dass ich das hier als Lufttruppe da so gut machen kann. Boah, die kam richtig gut. Der Big John Boy, der weiß, dass ich hier oben bin. Der weiß, was ich für einer bin. Der weiß, dass ich so ein Sack bin. Da oben ist er wieder, der Big John Boy. Siehst du, der hat mich schon entdeckt. Aber bis jetzt haben wir hier gut aufgehalten. Da war natürlich noch einer, der mich supported hat. Ein Wookiee. Guten Tag, Wookiee. Das hat sich ja gelohnt. Also das ist ja ein guter Trick da oben, ne? Ein sehr, sehr guter Trick, würde ich sogar behaupten. So, dich hauen wir mal um. Dein Sekundärfeuer. Feuer. Ah, hinter mir war einer. Ärgerlich. Den habe ich natürlich nicht kommen hören oder kommen sehen. Aber wir können gleich nochmal einen Sprungtruppler nehmen. Dann auf, auf. Nach vorne. Vielleicht halten wir das Ding ja nochmal komplett und holen uns die Runde. Das werden wir sehen. Eieiei, das war ja gar nichts, der Sprung. Das war ja ein Schuss in den Ofen. Okay. Lauf, 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 lauf. Nein, er macht's weg. Haben wir den getroffen? Ne, den haben wir nicht getroffen. Aber irgendwer anders hat den getroffen. Wir springen erstmal ein bisschen durch die Gegend. Einfach nur so. Und raus hier. Damit haben wir es auch schon. Cool. Alle Lager besiegt. Sieg kommt auch. Sehr schön. Das war ja eine knackige, kurze, kleine Runde. Gefällt mir. Tatooine ist eine coole Map dafür. Also dieser Angross-Modus, ich muss den vielleicht mal ein bisschen häufiger spielen. Ich weiß ja nicht. Könnt ihr auch gerne mal schreiben. Wenn ihr mehr kleine Modi sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich versuche immer allen Wünschen gerecht zu werden und die alle irgendwo unter einen Hut zu kriegen. Erster Platz sind wir auch noch mit unserem tollen Sprung-Truppler. Das war's mit der Folge. Schreibt gerne auch eure Meinung allgemein zum Thema in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.